ja hallo bei on air channel heute geht es um die kleine hier die crossman r1 wenn darüber mehr erfahren wird dann bleibt dran ja heute geht es noch mal um die crossman r1 eine waffe die nicht mit druckluft funktioniert auch nicht mit schwarz pulver sondern mit co2 kapseln betrieben wird also sprich gasdruck ja wir wollen das heute ganz das gewehr ein bisschen näher anschauen wie immer eigentlich dass wir einmal ganz kurz vor das gewehr vorstellen dass wir uns dann den schallpegel einmal näher anschauen den chrony anschmeißen gucken was sie auf meter pro sekunde zustande bekommt wieviel joule dahinter steckt und natürlich zum schluss noch mal schauen ob sie nicht nur cola dosen schubsen kann sondern vielleicht auch die mitte der scheibe trifft wenn dich das interessiert bleibt dran jetzt geht es los so dann darf ich euch hier die crossman r1 noch mal genauer vorstellen also wir haben hier eine art sturmgewehr als halbautomat in deutschland gibt es das nicht als vollautomat das ist ja hinlänglich bekannt das heißt wir haben semi automatik wir können also einzel schuss schießen das ganze ist eigentlich aus einem wertigen festen kunststoff gemacht also das ist nicht verbiegbar oder es knarzt auch nichts das ganze gehäuse ist halt recht stabil wir haben die übliche verstellbare schulterstütze wie man sie halt von anderen gewehrtypen in diesem style halt auch kennt das ist natürlich so ein bisschen wackelig aber das ist ja in der natur der sache und stört weiter nicht man hat hier mehrere rastungen ich für mich ich bin 1 meter 80 braucht dann wirklich auch die maximale rastung und somit wächst das gewehr dann auch auf 74 cm über alles dann auch auf ja man hat einem gewehr eine sicherung so wie sie jetzt gerade betätigt ist man kann die ganze geschichte auf einzelfeuer dann umschalten und weiter geht es halt nicht die vollautomatik ist natürlich dann totgestellt ja an dem gewehr haben wir mehrere rundum laufende rails das heißt hier kann ich natürlich zusätzliche optiken oder griffe anbringen das ist also möglich in deutschland können wir leider keine laser oder taschenlampe verbauen das heißt außer die beiden dinge kann man die rails für alle anderen dinge halt auch nutzen mit dem lieferumfang dabei ist sind diese flip up visierungen die sich natürlich auch individuell auf der schiene einstellen lassen ich habe jetzt ein red dot nochmal aufgesetzt dass wir mit dem ich versuchen werde später dann noch einige schuss zu machen ja bin ich mal gespannt ob das funktioniert man hat auf der anderen seite den magazin auswurf knopf wenn ich den drücke dass sich das magazin entnehmen und in dem magazin selbst das wiegt also ordentlich denn da ist ziemlich viel druck groß mit drin kann ich hier auch die beiden wo ich dass man hier abkriegen so hier sieht man jetzt die beiden kartuschen die co2 patronen also zwei mal von 12 gramm auf der anderen seite haben wir dann hier den magazin schacht sozusagen wo ich dann quasi wenn ich das hier runter ziehe im lieferumfang ist noch ein speed loader mit dabei und kann dann quasi 25 schuss aufladen die ganze geschichte ist hier somit druckguss in druckguss gehalten deshalb ist das hat das ordentlich gewicht was der ganzen sache aber auch nicht abträglich ist denn man kann es liegt dadurch natürlich wunderbar auch in der hand beziehungsweise dient dann der stabilität des gewehres wenn ich das jetzt wieder rein kriegen sollte in diesem leben jetzt wieder drin ich führe es wieder ein und die sache kann dann quasi losgehen ich habe hier diesen changing händel kann ich also auch voll bedienen auch die staubschutz klappe ist ja aktiv sozusagen und echt alles andere diese dinge sind dann auch eher angedeutet nenne ich das mal ja die geschichte wiegt 2740 gramm ich hatte gerade schon gesagt im ausgefahrenen zustand die ganze geschichte in der länge von 74 cm der mündungsdämpfer lässt sich im prinzip noch abdrehen und ein schalldämpfer lässt sich aufsetzen ja und soweit ist eigentlich glaube ich alles gesagt so wie belade ich jetzt das magazin ist eigentlich nichts schwieriges dabei ich habe ja hier diese kleine nut oder diese kleine einen kleinen hebel dann ziehe ich bis oben hin und kann ihn dann zur seite einrasten lassen dann ist sozusagen die feder schon mal gespannt und gibt ihr weg frei für die kugeln ich habe jetzt hier den speed loader den mache ich jetzt hier mit präzisionsrundkugeln von h und n in 4,4 millimeter in einem gewicht von 0,5 gramm voll indem ich einfach hier hinten die kugeln einführe einfach so ein paar rein fallen lasse kann hier oben den deckel schließen und dann wird die ganze geschichte hier oben aufgesetzt schon richtig dann kann ich hier dann kann ich hier die feder wieder diesen hebel wieder entspannen sozusagen und die feder schnell nach vorne und drückt jetzt quasi die aufgeladenen kugeln stramm zusammen und das ist im prinzip ja das magazin so weit auf munitioniert und kann quasi im gewehr eingeführt dann zur anwendung gebracht werden so ich möchte das abzugsgewicht einmal demonstrieren ich hier eine entsprechende waage und jetzt ziehe ich jetzt auch mal und schaue ich mal was da zusammenkommt da waren wir also bei gut 4000 gramm also ein abzugsgewicht von ungefähr vier kilogramm messung der schutzgeschwindigkeit meter in sekunde fünf schuss und durchschnitt so der durchschnitt liegt bei 102,9 meter pro sekunde der durchschnittswert liegt bei 2,4 joule für die waffe so so da passiert jetzt auch einiges ja kommen wir zum fazit der ganzen geschichte man kann es in einem satz eigentlich zusammenfassen haptik und optik top preis und präzision flop ich möchte ein bisschen konkretisieren ich habe mir auch noch mal ein paar notizen gemacht damit mir nichts entgeht ja ich würde sagen kommen wir erstmal zum negativen ja also es ist auf jeden fall hat man auch gesehen denke ich kein präzisions wunder das heißt wie so oft ja auch die co2 waffen das an sich haben dass sie halt ja mit den abfallenden druck zu kämpfen haben und von daher natürlich immer irgendwie mit präzisionseinbußen zu kämpfen haben ich habe jetzt einfach noch mal bei einer vollen kartusche geschossen und hier sieht man so ungefähr ist ja der streukreis also so ein bisschen richtungsweisen der ist jetzt auch nicht mega gießkanne aber der ist schon ja ist man kann damit halt auch nicht die die zwölf lochen wenn dann wenn man da mal so richtig quasi raus rotzt und zwei drei magazine dann durchjagt dann ja dann geht da vorne schon ganz schön was zur sache das macht auch wirklich richtig laune und spaß da vorne mal so richtig die die fetzen fliegen zu lassen und wenn natürlich dann im vierten magazin dann langsam beginnt der druck abzufallen dann kommen natürlich hier solche willkürlichen treffer nur noch zustande wo dann kaum noch die die pappe gelockt wird ja man muss sagen wenn wir schon dabei sind das natürlich auch ein hoher munitionsverbrauch gegeben ist denn wenn man da so richtig richtig lust und laune bekommt beim durch rotzen der munition sozusagen also richtig zwei drei vier magazine mit 25 schuss durchjagt dann geht das ratzapp mit dem speed loader ist man auch schnell dabei und dann gehen da geht natürlich auch die munition so raus ich hatte erst anfänglich gedacht dass man die munition vielleicht noch mal zusammen kehren kann oder irgendwie aufsammeln kann damit man halt noch mal die kupferkugel benutzen kann aber die kommt auch dann doch mit ziemlicher geschwindigkeit daraus ich weiß nicht ob man sehen kann wenn ich das jetzt mal kugel und die kann man also auf keinen fall in irgendeiner form wieder benutzen was mir auch negativ aufgefallen ist es gibt natürlich ab und oder häufiger mal diese luftschüsse das halt nichts kommt und man noch mal den charging handle betätigen muss damit vielleicht in der nächste kugel reingeschoben wird und ins patronen lager sozusagen rutscht das passiert schon mal ist jetzt auch nichts dramatisches aber wenn man halt so dabei ist und dann auf einmal so zwei drei luftschüsse kommt dann muss man halt wieder nach drücken die geschichte das ist mir auf jeden fall noch mal aufgefallen bei dem magazin fand ich ein bisschen komisch da hat sich der deckel der deckel lässt sich so komisch lösen habe ich mehr mehrfach mit kämpfen müssen es ist ja schön dass er nicht von selbst abfällt das gibt es ja auch dass man die kommen ansiedlung club fallen die ab aber ja so richtig sondern so eine technik wie ich die aufschiebe oder vernünftig rein schiebe habe ich jetzt auf die schnelle für mich noch nicht feststellen können vielleicht kommt das auch mit der zeit erst wenn man 3 400 kugeln durchgejagt hat hat aber das war mir ein bisschen hakelig und ein bisschen umständlich und hat mir nicht so gut gefallen ja präzision generell hatte ich gerade schon gesagt auf die 67 meter die ich da hatte kann man nicht wirklich von sprechen und zuletzt bei den negativen sachen ist mir noch aufgefallen der preis ganz einfach denn ich habe jetzt geguckt 330 euro wird das ding gehandelt das ist eine stange geld und wenn man sich vorstellen kann was man da auch für klassische luftgewehre sich kaufen kann oder weiß vielleicht ich schreckschuss waffe oder eine vorderlader waffe da gibt es schon in dieser preiskategorie wunderbar vernünftige waffen stellt damit nicht mehr scharf doch okay kommen wir so ein bisschen zu den erfreulichen sachen die mir auf jeden fall aufgefallen sind also ich fand das gewicht der waffe ist schön was hat er denn jetzt will er mich aber irgendwie nicht scharf stellen oder er mag die waffe nicht so so geht es wieder ja wie gesagt gewicht der waffe ist soweit in ordnung ist schön führig ich finde dies sehr kompakt gehalten auch mit dem kurzen lauf da vorne hier vorne dass das hier alles sehr stabil auch ist und wertig verarbeitet ist wichtig also auch perfekt in der hand man hat mit dem red dort auch perfekte zielanvisierung würde ich mal sagen also das macht schon spaß und hat genau das richtige gewicht power ja ich war eigentlich auch überrascht wir hatten hier gemessen 2,4 joule bei ganz vollen kartuschen und ich finde das ist schon ordentlich das für so eine sag ich mal gasdruckwaffe kommt da schon einiges raus und hat ja auch gesehen dass die pellets sage ich mal hier doch auch einiges platt machen bzw sich auch da den weg nach draußen bahnen können und der deckel ist hier schon ordentlich verbeult also ich denke mal das reicht anfänglich mit der energie auch dass man auch auf zehn meter gehen könnte und von daraus dann auch die die dosen beschließen kann geschwindigkeit hatten wir bei 102,9 meter pro sekunde passt dann auch zu dem joule wert ja also kann man nichts zu sagen ist erstmal stabiler guter wert finde ich und genau das was der händler auch so der hersteller auch so verspricht also die power ist erstmal ausreichend für um halt auch spaß zu haben ja was mir richtig spaß gemacht hat der speedloader war einfach zu bedienen und garantiert schnelles nachladen das ist cool die friemelei mit dem magazin deckel das ist eher uncool was ich richtig geil fand natürlich ich als alter repetiersüchtel den charging handle fand ich richtig geil hier einmal noch mal nachzuziehen das hat so ein bisschen wirklich echten würde ich sagen front graben charakter man muss richtig dann arbeiten mit der waffe das fand ich richtig cool dass man da halt auch gefordert ist dann auch mal die störungen sozusagen zu beheben also das hat schon bock gemacht auch die schnelle schussfolge die man ja sag ich mal vom druckluftgewehr nicht so kennt das macht schon bock und wenn man einmal damit anfängt dann will man gar nicht mehr aufhören und so schnell geht da die munition durch dass man denkt scheiße schon wieder 25 schuss durch wieder nachladen aus geht ratzapp ja auch dezibel haben uns noch mal angeschaut waren jetzt 87 88 dezibel das ist im rahmen eines normalen mittleren höheren wertes kann man sagen ich hatte glaube ich die hw 45 die druckluftpistole bei 91 dezibel auch die da oben ist in diesem rahmen das heißt hierfür geht es allemal ist halt eine keller tauglich und nachbarschaft freundlicher wert würde ich mal sagen ja ich hatte gerade schon gesagt haptik und optik sind top bleibe ich auch bei ist einfach ein geiles teil lässt sich auch cool anfassen da ist alles schön wertig und griffig also ist irgendwie schon also gefällt mir auf jeden fall optisch und habe die haptik ist einfach top das muss man wirklich sagen ja was kann man abschließend sagen es ist ein schönes spaß und blinkgewehr damit lässt sich wirklich ja stil echt im sinne eines sturmgewehrs die dosen schubsen dafür kann man denke ich mal schön auch den abend dann nutzen um da mal irgendwie 100 200 kugeln durch zu jagen das einzige was mich jetzt daran stört ist natürlich ein paar bauliche kleinigkeiten mit diesem deckel aber das sind sachen die sich wahrscheinlich auch mit mit der zeit einüben lassen ja und der preis ist einfach extrem ich finde über 300 euro für so eine gasdruck kniffte die aus sieben meter auch noch nicht mal die zwölf garantiert zu treffen das ist wirklich ja ist halt ist halt ein spaßgerät wer das geld übrig hat und sag mal bock hat auf ja richtig cooles aussehen einer waffe der ist damit auf jeden fall gut bedient auch die qualität macht mir erstmal guten eindruck von daher wird ja auch lange was von der waffe haben ich selbst würde mir jetzt für das geld nicht unbedingt so eine waffe kaufen weil es mir einfach das geld zu schade sozusagen das wäre es mir nicht wert aber es ist auf jeden fall mal eine coole erfahrung und hat auf jeden fall auch was wenn man halt die die schüsse so schnell raus bringt und ja ist auf jeden fall auch ein dicker funfaktor so genug gelabert ich hoffe ich konnte einen kleinen eindruck wiedergeben es soll auch in zukunft noch mal ein nächstes video geben auch wieder zu einer gasdruck waffe aber dazu erzähle ich euch später mal mehr